Herzlich Willkommen zu Totally Tiny Arcade Auf Retrobasis, ich bin Perudor Und es ist wieder Silvester Traditionell werden wir eine Runde Arcaden Und mal wieder wie immer gnadenlos versagen Wir machen nur mal ein Coin Und, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wie die Steuerung geht Ach hey, das ist natürlich Nicht die beste Grundvoraussetzung Aber, wollen wir alle Spaß haben Okay, ach immer noch Locked Oh Gott, sollte ich vielleicht mal Ähm, mal vernünftig spielen So, ich versuche einfach mal hier mit den Pfeiltasten Und mit der Space-Taste So, ja, Space geht immer gut So, Skier kann ich überhaupt nicht leiden Deswegen mache ich das direkt am Anfang In der Regel sammelt man die Pferdchen nicht ein Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Die hier Ski fahren Macht das bitte nicht nach Das sind ja schon wieder hervorragende Voraussetzungen Für... Eine schlechte Score Yeah Ach, die schießen können ja auch noch die Klötze Ach, die schießen können ja auch noch die Klötze Na Und für die drei Leute, die Total Tiny Arcade noch nicht kennen Bitte mal die Videos von ein paar Retro-Spielern hier gucken Auf Youtube Dann haben wir auch mal eine... Eine Herausforderung Und das zweite Spiel muss man immer zwei Level spielen Das heißt, das wird also immer schwerer Ja, man sollte auch treffen vielleicht Ach Gott, das wird echt... Sehr schwer Ach, ich kann auch voll... Ach Gott, das wusste ich gar nicht Ich dachte, wann müsste da... So... Eben noch die... Eben noch die Flagefänger kaputt geschossen Nein! Bei... Rebels sold Jetzt mach ich mir die ähm Die Linke... Den linken Daumen kaputt Mit... 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 Ach ja, das ist schon wieder Mit der Space-Taste hier Das finde ich witzig mit der... Ich wollte sagen, das finde ich witzig Das ist überhaupt nicht witzig Jetzt hab ich keinen Perfect-Bonus Verdammte Axt Drehst du dich um? Ich krieg immer Hunger auf Pizza, wenn ich das hier... Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Nein! Yeah! Aber wir müssen noch ein drittes machen Verdammte Axt Oh, das geht nicht Ah, Mist, Mist, Mist Was war jetzt? Was, 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 was passiert? Hocker Also das ist das Focker, glaube ich Ähm... Get ready Ja, ich bin ready Ready für die Nerven bin ich So, mein Freund Ach komm, Leute Warten mal ein bisschen anständig hier So, wir müssen aber, glaube ich, drei oder vier Level schaffen Das ist echt, ähm... Ach, da ist schon der Hund Oh, kommst du hier? Ja... Wenn ihr mehr Frogger sehen wollt Geht mal zu MS-Standard Das ist, glaube ich, der Frogger-König hier Auf YouTube Was ist das ein Kackhaufen? Ah, Mann Das ist ja nicht auszuhalten Ja, das war ein bisschen recht, 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 recht easy Ach... Gehst mal zur Seite Das war zu früh Du kannst nicht gewinnen Ja, ja, komm, 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 komm Du mit deinen... Das ist ja fast nicht mehr schaffbar Oh Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Du lieber... Lieber Gott Ja Aha Ich hab nur noch neun Minuten Zeit Mensch Kollege Was machen wir hier? Ach komm, Candyland Da kann ich nicht so gut Oh nein, O-Type Verdammt Mal zwei Ja... Yay... Und jetzt kann ich endlich nach Hause Ja, das ist noch ein perfect game, ne? Äh... Hier, Captain Uranus Das ist auch ein hervorragender... Arcade-Titel So... Waaah... Ah... Erstmal hier die Feinde wegmachen... So... Waaah... Ah... Erstmal hier die Feinde wegmachen... So... Hä? Wo bist du? 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 Aber er hat gerade noch Glück gehabt... Der wollte schon... Sollte schon entführt werden... O-Type... 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 Von daher... Ich hab das nicht mehr angerührt... Das Spiel seitdem... Wo bist du? Ja... Ja... Jawoll... Und ne... Ich will aber da nicht hin... Ich will da nicht hin... Da ist wieder dieser... Totenkopf... Mensch... Boah... Das ist ja ne... Das ist kacke... Das ist kacke... Ah... Verdammte Axtmensch... Achso... Ja... Bleib doch mal stehen... Was will der denn? Bleib so mal stehen... Hat er ne rote Karte in aber... Ich krieg diese Bonus Viecher da nicht hin... Oh, diese dicke Bär... ist das denn ich habe noch nix ein bonus eingesammelt das kommt der virus das war noch relativ harmlos muss ich sagen so scharf das ist auch ganz nett habe ich glaube ich auf dem atari mal gezeigt liebe kinder tötet keine tieren das ist nur ein spiel jetzt mal ganz kurz gucken stockman machen wir das mal was das sonst glaube ich zu schwierig als hätte das gerochen natürlich bleibt also ist ja wohl nicht wahr spiel ja super da kann man nichts anderes machen außer ins verderben rennen ok game cleared komm high climber mal drei ist immer cool warum ist der virus typ eigentlich jetzt so häufig da ich kann mich gar nicht so sollte vielleicht aber auch mal zur seite gehen mein freund ja level komplett was macht denn die ziege da endlich mal wieder bonus eingesammelt das ist ein bisschen mager geworden für mich natürlich kann diese blöde ziege auch nein 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 Virus-Typ da. Ja, 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 ist ja gut. Ja, ein Hammer. Zwei Hammer. Drei Hammer. Noch einen müssen wir. Nein, komm. Jawoll. Nächstes Level. Level 2. Achso, ich dachte, man könnte den vielleicht auch abschießen, um... Bonus, 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 Bonus. So. Die Zeit läuft weg. Mann. Level 3. Ach, guck mal, süß. Ein Smiley. Was ist das denn für ein Viech? Hey, was machst du denn da? Oh, Mann. Frechheit. Ja, super. Mach alles kaputt. Ja, dann kann ich natürlich nicht unbedingt... Jawoll. Jawoll. Ah, verdammt. Hab ich nicht gesehen. Hab nicht auf diesen blöden, blödes Haus geachtet. Ja, dieses Viech macht mich... Wahnsinnig. 44 Sekunden. Ach, da ist einer. Verdammt, wann, wann, Mann. Ah, das war ja nicht... Ja, ich weiß. Du mich auch. Virus. Jawoll. Ja. Schiss. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wann? Oh, das war ja arschknapp. Game over. Auch für das Jahr 2015 Game over. Es war ein wunderschönes, spannendes Jahr 2015 und ich hoffe, dass das nächste Jahr 2016 genauso schön wird. Und vielleicht wird ja auch ein kleiner Teil davon sein, auf Retro-Basis mal reinzugucken und hier mal zu schauen, was es für interessante Spiele gibt. Das war unsere Silvester-Party hier auf Retro-Basis. Ich bin Perudor und ich hoffe, dass ihr jetzt noch einen schönen Silvester habt. Einen wunderschönen Neujahrstag morgen. Und ja, dann verbleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich gehe jetzt erstmal in Winterpause und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu... Ich glaube, ich habe es schon verraten, ne? Zu Star Wars Rebel Assault. Und dann, ja. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Das war echt so peinlich, oder? Ach komm. Per, per. Contacting Scoreboard. Yeah. Hey, ich habe meinen eigenen Rekord gebrochen. Äh, immerhin, ne? Aber es war ja auch verdammt knapp, muss ich sagen, am Ende. Ich hätte... Also wirklich noch... Mann. Ich hatte schon abgeworfen, die Kiste. Ja. Die Musik ist gut, oder? So, lassen wir die Musik noch ein bisschen laufen. Zur Feier des Tages. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin nochmals. Tschüss. Und jetzt könnt ihr auch abschalten. So wie der Kinderliebste Freund Peter Lustig immer sagt, Abschuld. Auf Wiedersehen. Etunieter. Spannende Zähler. Und dann sch